Biomethan wird aus nachwachsenden Rohstoffen, Bioabfall oder Reststoffen hergestellt und ist eine der wenigen permanent verfügbaren und gleichzeitig CO2-neutralen Energiequellen auf dem Markt. Wir von BMP Green Gas sind einer der größten Vermarkter von Biomethan und Experte für grüne Gase. Wir kaufen, bündeln und vertreiben grüne Gase verschiedener Erzeuger in unterschiedlichen Qualitäten. Von Biomethan und BioLNG bis zu synthetisch hergestellten Gasen sowie grünem Wasserstoff. Ob als Strom, Wärme, Kraftstoff oder Prozessgas. Sie sind Alleskönner für eine grüne Energieversorgung und Produktion. Grüne Gase sind speicherfähig, klimafreundlich und versorgungssicher. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Seit über zehn Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Umstellung auf regenerative Gase. Unsere langjährigen Kunden schätzen uns als Partner für den zuverlässigen Transport, die reibungslose Bilanzierung und die ausfallsichere Lieferung von Biomethan. Hinter uns steht die Muttergesellschaft Erdgas Südwest im Verbund mit der EnBW. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit und den Freiraum, das Thema grüne Gase mit unserer Expertise weiterzudenken. Gemeinsam handeln für eine grüne Zukunft. Machen Sie mit!